Schmelz! Lade mal unsere Raketen auf. Wenn ich es irgendwie auf die Reihe bekomme. Neee... Wow. Danke. Umgucken im Raum, wie immer, weil... Aha. Was ist das? Nix. Und was ist das? Nee, warum biebt die Erde so eigenartig? Was macht Lyle da schon wieder? Lyle war irgendwie scheiße, wettig. Kann ich hier auf die Teile raufspringen? Ach, guck mal. Was soll das? Sieht eigenartig aus. Hm. Nee, irgendwie... Glaube ich nicht. Nee. Nee. Ich kann dagegen... Nee, das ist einfach nur ganz normale Scheiße. Ja, okay, dann gehen wir hier wieder weg und müssen jetzt hier hoch. Okay, und wir laufen wieder viele betrunkene Samus. Ey, sag mal, irgendwas ist mit mir... Das sieht hier nicht nett aus. Äh, die Tür ist zu. Okay, hier oben haben wir das eingesammelt. Was ist das hier? Oh Gott, ich hasse Pflanzen, das ist so... Äh, es geht nicht. Was? Moment. Ist wieder sowas vielleicht kaputt? Ja, ich muss immer wieder kaputt schießen. War ja klar. Na. Und noch ein Bambel, Bambel, Bambel. Oh, sieht schon schön aus, wenn so Pflanzen zerbersten und zerbröseln und was ist das? Der Beben wird immer doller und... Nee, ich guck mir hier erstmal um. Ach du Scheiße, hier sind Löcher im Boden, da kommt irgendwas raus und ihm... Einfach nur ganz schnell nach hinten rennen. Schuss aufladen und immer an den Löchern vorbei. Äh, da, 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 ich hab gesagt an den Löchern vorbei. Oh, schau. Da, da. Ja, was war das? Was war das? Und was schreit jetzt? Oh Gott, da schreit irgendwas... Ey, guck mal kurz zurück, weil da war... Ihr habt ihn vielleicht eben gerade mitbekommen, den Wurm. Ganz findige Beobachter haben den Wurm in diesem Bild eben gerade entdeckt. Ich glaube, er ist in dieses Loch hier rein. Und, können wir auch rein? Nein. Nur der Wurm kann sich selbst sein Loch buddeln. Okay. Nun gut. Ähm. Hier an den Löchern vorbei, damit wir nicht von so einem Veminosa Tentacula aufgefressen werden. Ups. Und ganz viele Veminosa Tentakulas. Na, herrlich. Oh Gott, das wird was. Da hinten. Und sie ist verschwunden. Was schreit denn hier so? Oh, ist das eklig, ja. Ja, du, 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 du. Was? Wieso kommst du... Wie... 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 Wo kommt ihr her? Du lebst hier auch, nicht wahr? Ja. Es war klar. Ah, ich knall dich. Scheiße, Scheiße, mach dich zum Ball, Samus. Ball-Modus. Super. Ah. Das gefällt mir hier nicht. Oh Gott. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ne, ne, ne. Die erscheinen hinter mir einfach so, wie sie lustig sind. Was ist das? Pflanzen die? Oh ja, na, ist klar. Ey. Einfach unter mir mich wegfressen. Komm, wir machen ganz schnell das Teil da weg. Oh Gott, Kamera, richtig schnell. Komm, anvisieren. Samus. Und jetzt rennt. Ansonsten kommt es unter dir und über... Und nirgends. Da war es schon wieder. Ich hasse die Teile. Ich möchte hier weg. Und jetzt kommt der Wurm. Oder irgendwas. Warum? Das ist hier alle so eklig aus. Ich will nicht mehr. Was ist das über mir, das bröselt und bröckelt? Es sieht aus wie ein Kokon. Ach du Scheiße, ich mache die Augen schon halb zu. Weg. Nix. Okay, ist nix. War meine Güte. Ich lese jetzt schon wieder die Flame-Kommentare von Leuten, die mich noch vorher nie gekannt haben. Nö, die regst du dich auf. Bei dem Spiel geht dir gar nicht. Bist du ja voll der Assi. Ähm. 3D-Spiele sind für mich ganz schlimm. Warum spielst du es dann? Äh. Weil ich Bock habe. Fertig. Ähm. Ich nehme an, ich muss hier weiter. Aber ich gucke erst mal. Hier habe ich in den... Ne, da kann ich natürlich nicht rein, oder? Nein. Oh Gott. Ich habe nur noch 18 Energie und einen Energietank. Na, okay. Äh. Was? Äh. 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 Was ist hier? Hä? Moment. Landen wir erst mal richtig... Und springen. Bringt nix. Okay, Ballbombe nach oben, wenn's klappt. Oh Gott. So lange nicht gespielt und... Ja, mal gucken, wie hoch wir kommen. Äh. Äh. Wow. Ja, ja, ja. Aber es... Na gut, ich glaube, da war wieder die begrenzte Wand, die uns nicht daran... Nicht... Äh. Die uns nicht vorbeilassen wollte. Wie immer. Die, die, die. Was? Unterirdischer Kontrollraum. Okay, ich gucke mich erst mal um. Oh mein Gott. Hier passiert doch irgendwas, oder? Oh Gott. Irgendwas geschieht hier. Äh. Aber nix Unsichtbares. Okay, also einfach rein. So. Pieps. Was? Nein, ich hab gesagt, nix Unsichtbares und dann so eine Scheiße hier. Was soll das? Warum? Da, da, da. Ich seh dich, ich seh dich. Knallbumpeng. Ich... Einfach Raketen auf dich. Dann dürftest du auch weg sein, hoffe ich. Oh. Ist da noch einer, oder was? Okay, einfach andere Seite. Raketen. Ja, ich seh dich. Und... Weg mit dir. Ei, 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 ei. Ich mag diese Chameleons nicht. Und das dürfte es gewesen sein. Hoffe ich. Was mach ich denn? Was zum... Samus, du geiles Sau. Boom. Was hab ich gerade bitte... Wie hab ich das... Ich hab seinen Schwanz gegriffen und im Sumo-Wrestling-Move-Style ihn einfach mal weggeworfen. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Ich glaube, ich bin die größte und schönste Samus der Welt. Und ich brauche dafür eine Powerbombe, scheiße. Und hier rein und wohin, wohin. Und Speicherpunkt, wie? Aber ich kam doch oben von einem Speicherpunkt. Ich dachte, ich gehe einen Umweg. Ach, scheiße. Na gut, stellen wir uns rauf und speichern. Und Schilderneuerung. Es sieht so lecker aus, guckt euch das an. Gut, bei YouTube wird es jetzt nicht mehr so halb so gut aussehen, weil meine... Oh. Aber es sieht einfach ganz genial aus. Ich bin verliebt in dieses Spiel. Gut, weiter geht's. Wo sind die... Was zum... Was bist du denn? Was zum... Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was seid ihr? Was seid ihr? Äh, auf keinen Fall irgendwas Nettes. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Ähm... Das bringt nix. Das bringt nix. Sehr geil. Okay, sind wir ausgewichen. Das hat ja schon mal was gebracht. Au, es war klar. Es sind zwei Gegner. Und... Jetzt. Jetzt. Nummer eins ist tot. Du musst dich aufladen, dann kann ich dich besiegen. Sehr schön. Und da kommt jetzt natürlich noch einer. War ja klar. Ihr weicht aus. Äh. Gute Kamera. Gut. Ja, gut. Oh. Mmh. Jam, jam, jam. Also mit meiner Steuerung. Mmh. Jam, jam, jam. Ähm. Jam, jam. Weg mit... Lad dich bitte... Äh, was ist das? Jetzt. Äh. Äh. Ich kann... Meine Fresse. Ja, das... Das, ey. Super. Schön. Das liegt echt... Ich muss hier halt am PC spielen, weil andere Aufnahmeoptionen gibt's für mich nicht und deswegen verkacke ich hier. Weil es gibt eine Verzögerung von ungefähr einer Sekunde immer. Also jede Steuerung, die ihr seht, ich muss sie quasi voraus berechnen. Ja. Ähm. Deswegen ich... Hallo. Ja. Ultra lustig. Komm, wir laden mal ein bisschen auf hier. Paketen. So, haben wir wieder... So, guck mal. Jetzt laden die sich auf, aber ich kann rein gar nichts wirklich machen. Ja. Es ist doch geil, oder? Ähm. Es bringt nichts. Ich schaff das nicht. Och, ist das ärgerlich. Mann, ich hatte so gehofft... Ey. So, ich komm, ich hab einen besiegt. Und das heißt, wir besiegen die anderen auch. Irgendwie. Ich weiß nur noch nicht, wie. Vielleicht können wir das ja herausfordern, dass die schießen, indem wir nämlich... Ja. Ah! Ich muss gar nicht Raketen schießen. Haha. Haha. Okay. Haha. Scheiße. Ah! Das war ein Scheißdreck. Komm. Nein. Aber wir schauen uns. Knopf. Ah! Okay. Einfach irgendwie... Er lädt sich jetzt auf und jetzt will er's. Sag mal, aber der letzte hier hält sehr viel... Was ist das denn? Was ist das? Wo ist das? Wo bist du denn? Eine... Powerbombe? Ein... Was hab ich aufgesammelt? Beam. Ich hab neun. Diffusionsbeam. Effekt. Chargebeams werden gebündelt verschossen und teilen sich bei Feinkontakt auf. Was? Also ist wie ne Clustermine oder was? Hm? Steuerung, folge einen Chargebeam ab. Okay, wird gemacht. Wir gucken uns das jetzt mal an. Komm, was... Wie, was... Höh... 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 What's up? Höh... 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 Rumpf! Die Bumpf! Ja, aber so ist jetzt... Die, 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 die... Ich mag euch Floorfliegen nicht! So, jetzt habt ihr aufgehört, euch zu produzieren und... Oh, ey... Es ist so schwer... Wirklich so zu steuern. Es ist absolut... Nicht wünschenswert für kein... Metroid, also ähm... Spieler dieser Welt, außer für mich. Denn ich stelle mich der Herausforderung und ich lebe meinen Traum, denn er wird wahr. Ich gehe meinen Weg und ich stelle mich der Gefahr. Hm, ähm... Ja, egal. Ja, oh, geil. Die haben alle so einen Special Angriffs-Move. Ich muss mal ganz kurz meine Stimme ein bisschen schöner machen. Ja, so, Stimme schöner gemacht. Ähm... Was wollte ich gerade sagen? Die haben alle einen Special Angriffs-Move und... Schön und gut und wir stellen uns hier ran. Bip, bip. Was ist denn jetzt? Ach! Hä? Da ist doch... Das... Ja! Moment! Guckt euch das an! Hier oben... Nein, ja... Computer. Kaputt machen. Was soll das? So ein Scheiß. Nochmal. Also, hier oben... Nein, nicht da oben, nicht so weit oben, sondern da, der Bildschirm. Wir sind heute in diesem LP hier gestartet und sind in dieses Loch da reingegangen. Und jetzt ist gerade die Tür aufgegangen. Das heißt, die Tür war vorher verschlossen. Was ich gar nicht wusste. Und meine Stimme wird gerade mal wieder... Bli, 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 bli. Egal. So. Gucken wir uns weiter um mit unseren 56 HP, die noch nicht im roten Bereich sind. Warum auch immer. Und gehen hier wieder zurück und speichern. Aber wie soll ich zurückkommen? Okay, jetzt passiert wieder irgendwas. Ich habe sowas von keinem Bock, dass wieder irgendwas passiert. Weil wir sind einmal so einen ganz langen Weg runtergefallen mit dem Ball. Und das heißt, irgendwas hat sich hier jetzt wieder... Wir probieren es einfach mal mit unserem neuen Charge Beam. Boom! Das finde ich geil. Es teilt sich auf. Mjam, mjam, mjam. Was? Nein, der Wurm! Die Würmer! Was? Leck mich! Was ist los? Okay. Ey, dann bin ich ausgewichen. Wow. Okay. Wuppala. Ausgewichen. So, Freund Blase. Ähm, bringt nur alles. Uiuiui. Nix. Gut. Ich habe... Wow, okay. Ich spiele... Ich muss mir jetzt erstmal... Ah, der da oben hat den roten Punkt. Vielleicht müssen wir da irgendwie... Wir müssen auf den mit dem roten Punkt warten. Nämlich der da hinten. Und irgendwie es schaffen, gegen den roten Punkt zu schießen. Aber... Das ist einfacher gesagt als getan. Weil... Also, mit der Wii-Mode schaffe ich das auf keinen Fall, Freunde. Der da oben ist es, ja. Na, okay. Wir probieren es mal. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ja, das können wir total vergessen. Also, mit der Wii-Mode schaffe ich das nicht, weil... Echt diese eine Sekunde oder anderthalb Sekunden Verzögerungen... Die hindern mich daran, da irgendwie... Schnell zu schießen. Hm, oh Gott. Ai, 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 ai. Moment, Freunde. Echt, ich muss wirklich dazu sagen. Also, ich würde jetzt sagen, ich bin nicht schlecht im Spielen. Aber ich habe hier eine Verzögerung von wirklich einer Sekunde, anderthalb Sekunden. Und so zu spielen, Freunde, ist jetzt nicht das Einfachste auf der Welt. Das ist... Man muss irgendwie vorhersehen, was man macht und sich nicht treffen lassen. Der Gegner ist ja mal richtig assi. Das wäre fast ein Treffer geworden Lecko mio, lecko mio Wir probieren es trotzdem Heieiei, heieiei, heiei, heiei Liesel Strike, was? Brumms Der war Liesel Auf jeden Fall war der Liesel Lecko mio Jetzt haben wir nur noch einen Also ich kann es ja doch irgendwie schaffen Sehe ich gerade Bams Okay, das hat es aber nicht gebracht so sehr Huiuiui Schön ausgewichen, Samus Sehr gut Ah Steuerung Ich sehe nicht, wo er kommt Da oben Yes, say you Groß werden Aufladen, Samus Scheißen, Dreck Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Jetzt noch einen Liesel Strike Himbekommen Oh mein Gott Was macht der, was macht der, was macht der Was, was, was soll das Oh mein Gott Oh mein Ich zitter am Körper Wie, ja, so Drücke Gleichzeitig in Richtung Eines zu Boden Liegenden Gegners Ja, also es klappt nur irgendwie nicht so Wie ich dann Boah Lecko mio Also entweder liegt es wieder an der wunderschönen Verzögerung Oder an, ja Nochmal Eins und da unten Gleichzeitig Ey Entschuldigung Leute Ich bekomm es nicht hin Es tut mir wirklich Im Herzen weh Dass ich das so nicht hinbekomme Beim Ersten hat es geklappt Gerade so Und nochmal Leaselstrike 1 und Steuerung Yes, es hat doch geklappt Na bitte, weg mit dir